Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Reading zum kommenden Neumond im Zeichen des Krebs am 10. Juli. Ich möchte ganz kurz einen Hinweis für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind, geben. Ich mache am Anfang dieser astrologischen Readings immer so ein kurzes Intro. Das heißt, ich erkläre anhand dieser Karten, die ich immer raussuche, die aktuellen Energien. Für diejenigen unter euch, die sich möglicherweise mehrere Elemente anschauen oder die die allgemeinen Energien nicht interessieren, ihr findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann ihr dieses Intro überspringen könnt und wann es dann direkt mit der Legung für die einzelnen Elemente losgeht. Ich möchte euch auch kurz ein bisschen vorwarnen, dass dieses Intro heute mal wieder ein bisschen länger wird, denn die Energie dieses Neumonds im Krebs, ich spüre sie wirklich stark. Also ich würde behaupten, dass ich schon lange, lange, lange keine Energie mehr so stark wahrgenommen habe wie diesen Neumond. Und deswegen habe ich so viele Karten rausgesucht, weil ich glaube, dass wirklich sehr viele unterschiedliche Aspekte auch beleuchtet werden. Was ich aber sagen möchte, ich glaube tatsächlich, dass dieser Neumond, Krebs ist ein Wasserzeichen, da geht es um Gefühle, da geht es um Intuition, da geht es um nach innen gerichtete Dinge. Ich glaube tatsächlich, dass diese Energie dieses Mal sehr zwischenmenschlich ist, beziehungsweise auch sehr viel mit sich selbst zu tun hat und dass es weniger um wirklich irgendwelche praktischen oder greifbaren Dinge geht. Ich glaube, dass es nicht eine sehr weltliche Energie ist. Wenn das in deinem Fall natürlich anders ist, dann ist das so. Ich kann euch nur sagen, dass ich diese Energie dieses Mal so anders wahrnehme. Also ich habe das Gefühl, es geht wirklich um, hauptsächlich um zwischenmenschliche Sachen, muss ich sagen. Also, ich bin, ich muss kurz überlegen, wie ich hier anfange. Ich fange hierbei an. Also die Karten zum Vollmond im Steinbock, das war der letzte Vollmond, den wir hatten. Und zum Neumond im Krebs. Das ist eine Periode von 14 Tagen. Der letzte Steinbock war The end of a tough cycle approaches. Das Ende eines schwierigen Zyklus zeigt sich. Der Neumond und Neumond ist immer so eine Startenergie, so eine Neuanfangsenergie. Hier steht, you and your loved ones are safe. Ich, also du und die Menschen, die dir wichtig sind, sind sicher. Ich muss aber sagen, dass ich mit dieser, mit dieser Botschaft hier auf der Krebskarte nicht so ganz in Resonanz gehe dieses Mal, sondern dass ich eher so ein bisschen das Gefühl habe, der, ähm, das Augenmerk liegt da drauf, wer sind deine loved ones? Ähm, ich muss sagen, und deswegen habe ich den Turm rausgelegt, dass in diesem, dass die Energie zwischen diesem Steinbock Vollmond und diesem Krebsvollmond sehr viel, ähm, Umbruchspotenzial mit sich bringt. Nicht das gemütlichste, ne? Turmenergie ist nicht immer, das ist nicht immer die einfachste Energie. Aber ich hatte jetzt gerade in den letzten Tagen wirklich sehr krasse Turmmomente, Umbruchsmomente, Erkenntnisse. Deswegen habe ich das Ast der Schwerter, ähm, rausgelegt. Vor allem in Hinsicht auf ganz typische Krebsthemen. Ähm, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass die, die letzten 14 Tage oder vielleicht auch die letzten vier Wochen bis, ähm, Ende Juli wirklich Dinge passieren könnten, die eine grundsätzliche Veränderung bedeuten. Denn genau so habe ich das Ganze persönlich erfahren. Jetzt sind, bevor ich, bevor ich ja ein bisschen persönlicher werde, typische Krebsthemen, die dieser Neumond beleuchtet, sind, dass zum einen das Zuhause, die Familie, aber die vier Stäbe ist für mich auch immer eine Krebskarte. Da geht es so ein bisschen um das ankommen. Ähm, und es, die Geborgenheit. Also in erster Linie muss ich sagen, habe ich die vier Stäbe heute für das Thema Geborgenheit oder für, ja, für das, für das Wort Geborgenheit rausgelegt. Denn ich hatte tatsächlich, deswegen, ne, Turmmoment. Ich hatte, ähm, die Tage sehr viele Erkenntnisse, was Geborgenheit angeht. Sehr viele, ähm, Erkenntnisse über Menschen. You and your loved ones. Wer sind denn meine loved ones, ne? Wer sind denn die Menschen, die, die mich wirklich lieben? Und deswegen habe ich den Stern rausgelegt. Der Stern, den habe ich rausgelegt für einen, das Krebsattribut Verletzlichkeit. Aber auch dieses, bei wem darf ich denn? Bei wem fühle ich mich so geborgen, dass ich mich traue, mich nackt zu machen. Dass ich traue, mich traue, authentisch zu sein. Denn auch das ist eine Erfahrung, die ich jetzt in den Tagen gemacht habe. Und das war eine Wahrheit. Ich muss es kurz reinschieben. Das war eine Wahrheit, die ich, die ich eigentlich gewusst habe. Aber ich wollte diese Wahrheit nicht zulassen. Ich wollte das nicht sehen. Ich wollte das nicht erkennen. Ich habe mich so ein bisschen gewährt, diese Erkenntnis oder diesen Turmmoment zuzulassen, weil die Wahrheit natürlich manchmal auch wehtut. Und ich habe erkannt, dass es Menschen in meinem Leben gibt, bei denen ich das nicht sein kann, ne? Bei denen ich mich nicht so geborgen fühle. Bei denen ich nicht ich bin. Bei denen ich irgendwie tatsächlich versuche zu gefallen. Oder auch so ein typisches Krebsattribut von Schutzmauern. Wo ich plötzlich ganz hohe Schutzmauern hochziehe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das, was mich tatsächlich ausmacht, da nicht so willkommen ist. Oder nicht so gewünscht ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe das Gefühl, dass diese Schutzmauern, ne? Protection oder generell das Beschützen, ist ein Krebsattribut. Ich glaube, dieser Neumond wackelt an diesen Mauern. Ich glaube, vor der Wahrheit oder vor diesen Erkenntnissen, vor dem, was passieren soll oder vor dem, was du erkennen sollst, kannst du, glaube ich, deine Mauern nicht mehr lange stehen lassen. Ich habe das Gefühl, die Wahrheit will durch, ne? Erst der Schwerter, die Wahrheit will durch, die Klarheit will durch. Wie ich es in meinen letzten Readings auch schon gesagt habe, das ist dieses Jahr oder dieser Sommer im Besonderen ist das Jahr, in dem sich die Menschen finden, die füreinander bestimmt sind, ne? Die Menschen, wo du du sein kannst, wo du authentisch sein kannst, die Menschen, wo du ankommen kannst, die Menschen, bei denen du dich verletzlich zeigen darfst und wo dir das auch alles sehr leicht fällt, ne? Heilende Verbindungen. Aber, und das hat mir jemand in den, in die Kommentare gepostet und ich sage immer, immer, wenn was hängen bleibt, dann hat es für mich auch Bedeutung. Es ist auch das Jahr oder der Sommer, wo sich mit dieser Steinbock-Energie, Saturn im Wassermann und, also Saturn ist, Steinbock ist der Ruler auf Saturn, deswegen, deswegen habe ich auch diesen Steinbock-Vollmond rausgelegt, aber wo auch die Verbindungen endgültig brechen, aus deinem Leben wegbrechen, die Menschen, wo dir wirklich plötzlich klar wird, wer das nicht ist, ne? Wer, wer gibt dir nicht das Gefühl von Geborgenheit? Wer gibt dir nicht das Gefühl, dass du liebenswert bist, dass du geliebt bist, dass du gut genug bist? Und das ist so ein bisschen, ne, diese, diese Umbruchsenergie. Wer ist das und wer ist es nicht? Und ich habe das Gefühl, dass diese Wahrheit zu dir durchdringen wird, auch wenn sie wehtut. Ich kann euch nur ganz am eigenen Leib sagen, dass mir meine Wahrheit auch wehgetan hat, die da zu mir durchgedrungen ist. Und dann auch so ein Krebsattribut, beziehungsweise Krebsattribut ist gut gesagt, die Krebskarte, der Wagen, Movement. Und das ist auch etwas, was ich diese Woche erlebe. Diese Turmenergie, dass plötzlich wieder Bewegung in mein Leben kommt. Ich hocke jetzt seit Wochen und Monaten irgendwie in meiner Wohnung herum. Und alles, was ich irgendwie versucht habe, ich habe dringend versucht, einen Impftermin zu kriegen, habe ich nicht bekommen. Ich wollte unbedingt in Urlaub. Ich wollte unbedingt mal wieder Leute sehen. Und irgendwie aus tausend unterschiedlichen Gründen hat alles nicht geklappt. Alles war so stagnierend und alles, ne? Ich kam irgendwie so gar nicht vom Fleck. Und jetzt Schlag auf Schlag mit dieser Erkenntnis, mit dieser Klarheit, mit diesen ganzen Boom, Boom, Boom Epiphany-Momenten, die ich hatte, ne? Also Erleuchtungsmomenten. Kommt auch plötzlich wieder Bewegung in mein Leben. Ähm, ich werde heute Morgen angerufen und werde gefragt, ob ich spontan Zeit hätte, so einen Impftermin wahrzunehmen. Und juhu, endlich bin ich geimpft und ich will jetzt auch nicht über Impfen reden, sondern ich will einfach nur sagen, das, wo ich jetzt die ganze Zeit hingearbeitet habe. Und plötzlich ist es da. Dann ruft mich eine Freundin an, von der ich wirklich plötzlich gemerkt habe, wow, mir wird jetzt erstmal so krass bewusst, wie wichtig dieser Mensch eigentlich ist. Und ich hatte auch die Tage des Bedürfnisses, ihr zu sagen, wie wichtig sie eigentlich für mich ist, weil ich so, wie ich bin, weil ich mich da gar nicht verstellen muss und weil ich sein darf, wer ich bin, frag mich, ob ich, ne? Ob ich erlebe ich was und wir fahren nach München und dann treffe ich noch eine andere Freundin und plötzlich kommt diese Bewegung. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Umbruchsenergie, ne? Uns rausholt aus dieser stagnierenden Energie, was als der Schwerter manchmal auch ein sehr einschneidendes Erlebnis sein kann, ne? Dieser, dieser Umbruch oder diese Erkenntnisse. Aber mit diesen Aha-Momenten und mit diesen Tour-Momenten kommt auch endlich wieder die gewünschte Bewegung. Kommt auch endlich wieder dieses, okay, ich komme weg vom Fleck. Und das ist so ein bisschen die Energie, die dieser Neumond eben beleuchtet. Und so lasse ich das hier auch stehen. Trotzdem, meine Lieben, ich bin so gespannt, was jetzt da in den einzelnen Elementen rauskommen will, weil ich habe wirklich das Gefühl, das Universum rüttelt ordentlich. Also ich habe wirklich schon lange, lange, lange keine Energie mehr so intensiv wahrgenommen wie diesen Neumond. Und deswegen glaube ich auch, dass es, dass sehr viele vielleicht auch Epiphany-Momente haben könnte, auch Momente der Erleuchtung, auch Momente, wo die, wo die Wahrheit sich durch deine Mauern, durch deine Resistance durchdrückt. Und mit dieser Wahrheit hast du die Chance, wieder dich in deinen Wagen zu setzen und in deinem Leben nach vorne zu fahren. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt geht es weiter mit den Elementen. Bis gleich. Hallo, meine Lieben, Luftzeichen und herzlich Willkommen zu eurer Neumondlegung. Ja, meine Lieben, auch ihr bekommt jetzt quasi ein Late Night Tallow. Wir haben mittlerweile, lass uns gucken, 1 Uhr 37 und die kleine Kati kann nicht schlafen. Also hat sie sich gedacht, sie macht jetzt einfach die Legungen heute fertig. So, meine Lieben, ihr seid jetzt die letzte Elementegruppe, die ich abdrehe. Und durch alle Legungen hat sich jetzt ein roter Faden gezogen, der etwas damit zu tun hat, über die Menschen, die im Leben sind. Die Menschen, die dich begleiten, die Menschen, die dir wirklich Geborgenheit geben. Ich bin sehr gespannt, ob bei euch genau die gleiche Botschaft rauskommen will. Es waren wirklich nur Nuancen, in denen sich die Legungen unterschieden haben. Deswegen, ich glaube, dass das Kollektiv, also das passiert gar nicht so oft, zumindest auf meinem Kanal, dass wenn ich vier Elemente abdrehe, dass auch vier identische Energien rausfallen. Wenn das so ist, dann ist das immer ein Zeichen davon, dass das Kollektiv wirklich nah beieinander ist. Das heißt, dass diese Wirkung auf sehr viele zutrifft oder dass diese Energie auf sehr viele genau so wirkt. Und deswegen bin ich gespannt, was da jetzt bei euch für eine Botschaft rauskommen will. Wie immer, meine Lieben, spür in dich hinein, ob du dich hier in dieser Legung wiederfälligst. Wenn du das Gefühl hast, dass das gar nicht zu dir passt, zu deiner Situation. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, wenn du darüber nachdenken musst, wie ich irgendwas meinen könnte oder so, dann mach das Video einfach aus. Schau dir eine andere Legung an, ein anderes Element. Oder lass es ganz sein, denn es ist nicht immer eine Botschaft dabei. Also es ging mir jetzt zum Beispiel monatelang so, dass ich mit keiner Legung mehr, die ich mir angeschaut habe, und deswegen habe ich auch fast keine Legungen mehr geschaut, irgendwie in Resonanz gegangen bin. Und das ist in der Regel dann auch ein gutes Zeichen. Wenn man gar nicht in Resonanz geht mit irgendetwas, dann ist es oft eben auch so, dass man die ganze Guidance, die man sucht, ja bereits in sich trägt. Und anstatt da irgendwie im Außen nach der Antwort zu suchen, vielleicht nach innen zu kehren und so, zu schauen, ob man die Antwort nicht vielleicht schon kennt. So, kurzer Exkurs. Ja, Late Night Terror für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, da wird es manchmal ein bisschen deeper und ein bisschen ehrlicher manchmal auch. Ähm, oder ein bisschen direkter. Ich bin ja immer ehrlich genug oder gleich ehrlich, aber es wird manchmal ein bisschen direkter. Ähm, ich erzähle auch viel mehr Quatsch. Also ich, äh, vertue mich gern mal, wenn ich, äh, Karten benenne oder so. Aber die Botschaften sind in der Regel ein bisschen deeper. So, liebes Universum. Eine Botschaft hier für meine Fluchtzeichen. Ähm, das hier ist das Monology Oracle und dann benutze ich noch das Psychic Tarot of the Heart. Na, die war aber schleppend. Interessant. Don't let the past hold you back. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit abhalten an der Unterseite Stacks. Meditate and contemplate. Okay. Es gab wohl einen Grund, ähm, dass ich das gerade gesagt habe mit der Resonanz, dass manche Antworten in sich liegen. Genau davon spricht diese Karte hier. Meditation, ne, in sich hineinhören, contemplate, ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Also ich habe das Gefühl, auch bei dir sehe ich schon wieder so ein bisschen diesen roten Faden, also bei euch Luftzeichen, sehe ich schon wieder so ein bisschen den roten Faden, dass eine bestimmte Antwort bereits in euch ist. Dass man nur hinhören muss, reinfühlen muss. Oh mein Gott, ich sehe schon wieder so viele gleiche Karten. Ich würde mir tatsächlich mal so ein, so einen Absack vom roten Faden wünschen, ähm, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit das Gleiche sage. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe jetzt sehr oft das Gleiche gesagt. Ähm, eine Botschaft hier für meine Luftzeichen. Third Eye Chakra. Und das ist die Dinge mit einem Auge sehen, das, äh, ja, nicht links und rechts an deinem Kopf verankert ist. Okay. An der, da drunter die zwei Kerlchen, mein Lieben. Coming together. Okay. Okay, okay, don't let the past hold you back. Das lege ich mal umgedreht hier noch auf die Seite. Irgendwie fühle ich mich da hingezogen. Also, ich habe das Gefühl, dir möchte, und das ist ganz krasse Krebs- und Wasserzeichenenergie, es geht hier vielleicht mal darum, deinen Luftzeichenkopf auszuschalten und dir mal nicht die logische, ähm, Quelle deiner Informationen suchen, sondern mal so dich auf die andere Ebene einlassen, die Informationen aus anderen Ebenen holen. Also wirklich so ein bisschen weg von diesem Verstandesorientierten, ähm, Informationen sammeln und so ein bisschen, ich habe auch das Gefühl, es geht so ein bisschen nach innen mit dieser frische Energie, denn die Informationen oder die Antworten, die du möglicherweise suchst, die, äh, zwei Münzen und die zwei Stäbe, ne, die, vielleicht bist du irgendwo hin und her gerissen, vielleicht bist du dir irgendwo nicht sicher und du hältst Ausschau nach Informationen und Antworten und schaust vielleicht auch deshalb ein Reading an, ist dieser Hinweis, mach, ne, ist jetzt so ein bisschen kontraproduktiv für mich selbst, aber mach dieses Video aus und hör in dich hinein, hör in dich hinein, vielleicht hast du die Antwort bereits, vielleicht schlummert sie bereits in deiner Seele, denn, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, manchmal schaut man auch einfach viel zu viele Tarot Readings, ne, also war ich auch lange, lange, wo ich, wo ich so viele Tarot Readings geguckt, geguckt habe, weil ich unbedingt eine bestimmte Botschaft die ganze Zeit hören wollte, ähm, und dann hat man irgendwann gar keine eigene Meinung mehr und dann muss man sich eben auch mal wieder ein bisschen distanzieren und mal wieder so ein bisschen die, sich selbst wahrnehmen und die Stimme seiner Seele wahrnehmen und sowas, weil oft, ne, verliert man sich dann auch so ein bisschen da drin, in so Gedanken und Meinungen und wie auch immer. So, liebes Universum, eine Botschaft hier für meine, für meine Luftzeiten. Die Liebenden. Hallo, liebe Zwillinge. Ich lache nur, okay, das waren jetzt ein bisschen viele. Ich lache nur, weil ich die auch gerade gesehen habe. Die Gerechtigkeit. Hallo, liebe Wagen. Die Sechskirche. Da sind sie. Ich habe gewusst, warum ich diese Karte liegen lasse. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit zurückhalten. Und die erste Karte ist die Vergangenheit. Die Sechskirche. Die ist, äh, Quatsch. Ja doch, die ist auch interessant. Sechs, 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 meine Lieben. Sechskirche, sechs Stäbe, die Liebenden. Und, ne, sechs, 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 das ist eine Teufelzahl. Das ist eine toxische Zahl. Und vielleicht, vielleicht ist für manche von euch wirklich dieses, hör auf, ähm, irgendwie Bestätigung im Außen zu suchen. Durch so Tarot Readings oder sonst irgendwas. Durch andere Menschen. Hör auf, irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen in der, in den Erinnerungen oder zu kramen. Ich weiß es nicht. Warum liegt diese Fische-Energie hier, liebes Universum? Warum liegt diese nach innen gerichtete Energie hier? Ja, da finden die, wow, die fünf Münzen. Also, es fallen wirklich aus unterschiedlichen Decks auch absolut die gleichen Karten. Und der König der Münzen. Genauso wie bei den Erdzeichen gerade. Auch hier sehe ich schon wieder so viele Menschen. Also, diese, diese Krebsenergie, muss ich wirklich sagen, da geht's nur um, also, die will wirklich nur so zwischenmenschliche Verbindungen, Verbindungen beleuchten. Egal, wie lang Verbindungen schon bestehen, ne? Wie loyal ist jemand? Wie treu ist jemand? Wie ist jemand zu dir? In welchem Licht stehst du bei diesem Menschen? Ähm, was für eine Art Verbindung ist es? Welchen Mangel zeigt dir ein Mensch auf? Ähm, aber das war ja, das waren ja die Klärungskarten zu, zu, ähm, zu dieser Fische-Energie. Also, es geht hier, glaube ich, da drum, dem Mangel in dir, ne, dem, ne, dem Schlüssel in dir zu finden, den du vielleicht irgendwie versuchst, bei jemand anderen oder in einer bestimmten Verbindung zu finden. Also, ein kleines, was heißt ein kleines bisschen, es unterscheidet, diese Legung unterscheidet sich tatsächlich so ein bisschen von den anderen, aber trotzdem geht's auch nur um die Menschen in deinem Leben. Fünf Stäbe, ne, da sind andere Menschen und da ist der Sprung aus der, aus der Goldkiste raus. Hier ist irgendwie die, eine Befreiung. Aber ich würde gern wissen, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, es gibt irgendeinen Mangel bei dir. Warum liegen die fünf Münzen hier? Der Herrscher. Ja, und diese, irgendwas, irgendein Mensch, irgendeine vergangene Situation, ein vergangener Partner, irgendjemand hat noch Macht über dich. Auch interessant, auch den Herrscher habe ich jetzt in fast allen Legungen gesehen. Irgendein Thema hat noch Kontrolle über dich. Und ich glaube, du suchst sehr im Außen nach dieser Antwort. Du suchst sehr im Außen danach, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, zurück auf der Bühne des Lebens, sage ich bei dieser Karte immer, rein auf den Weg, der für dich bestimmt ist mit den Liebenden. Und ich habe das Gefühl, dass diese Legung, die ich hier wirklich aufrufen will, das deutlich weniger im Außen zu tun. Weil das Thema, das dich hier kontrolliert, hat irgendwie damit zu tun, dass dich mal jemand im Mangel gelassen hat, dass jemand seine Macht ausgenutzt hat, dass jemand dir das Gefühl gegeben hat, nicht gut genug zu sein. Ich hätte hier noch ein bisschen mehr gewusst gern, Lebensuniversum. Eine Botschaft hier noch. Die vier Stäbe und die sechs Stäbe. Da ist wieder diese Freude und Ausbelassenheit. Und die Königin der Schwerter und die acht Kerlche. Und die Königin der Münzen. Also, auch mit den vier Stäben, diese Themen von Geborgenheit, Familie, Zusammenhalt, sie werden hier beleuchtet. Aber mit dem Aspekt, mit dem Pagen der Stäbe, mit dem Aspekt, wo fehlt die Leichtigkeit dabei? Also, die fünf Münzen ist quasi das Gegenteil von dem Pagen der Stäbe. Und ich sehe dich hier als die Königin der Münzen und die Königin der Schwerter und die Königin der Schwerter war gerade auch die erste Karte bei den Erdzeichen. Ich sehe dich hier ganz bewusst dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei euch nicht zwingend darum geht, welche Menschen ihr aussortieren müsst, sondern welche Begegnungen, diese liebenden Energien, haben euch welche Themen gespiegelt. denn ich habe das Gefühl, dass du einen Mangel hast oder dass du ein Gefühl in dir trägst, das immer noch irgendwie einen krassen Einfluss darauf hat, wie du die Dinge siehst oder wie es dir geht möglicherweise auch. Und ich glaube, König der Münzen, den nehme ich irgendwie als dieses Außen wahr. du versuchst, die Antwort im Außen zu finden, aber sie liegt bei dir. Sie liegt bei der Königin der Münzen, nicht beim König der Münzen. Ich glaube, es hat irgendetwas auch damit zu tun, wie du dich selbst siehst. Oder welches Gefühl Leute dir geben, wie du dich sehen sollst, wie du sein sollst. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Aber definitiv hier auch, das sind Freunde, das sind Kinder, ganz stark diese zwischenmenschlichen Dynamiken angesprochen. Und ich glaube, gerade mit dieser Vergangenheit, don't let your past hold you back, lass dich nicht von deiner Vergangenheit abhalten. Ich glaube, diese fünf Münzen haben etwas mit der Vergangenheit zu tun. Meine Lieben, ich hätte jetzt gerne noch eine letzte Karte hier zur Königin der Schwerter und zu den Königin der Münzen. Ja, die zwei Münzen. Also, das Ungleichgewicht herrscht in dir. Ich glaube auch, dass du die Antwort nicht im Außen findest. Das Ungleichgewicht hat vielleicht dir jemand gespiegelt. Vielleicht hat dir jemand was angetan oder du warst in einer Situation mit jemand anderen. Aber der Mangel hat nichts mit dieser Person zu tun. Sondern diese Person hat dir deinen eigenen Mangel noch gespiegelt. Und wie sehr dieser Mangel offensichtlich noch Emperor, also der Herrscher, Macht über dich hat und darüber hat, wie du dich fühlst. Und das kann aus deiner Kindheit kommen. Das kann aus deiner Familie kommen. aber das Problem, das du hier versuchst zu lösen, habe ich das Gefühl, oder die Antwort, die du versuchst zu finden, hat nur mit dir zu tun. Das sagt diese Legung bisher. Wirklich, möglicherweise auch mit deiner Kindheit, mit der Art und Weise, wie hast du Geborgenheit erlebt, wie hast du Liebe erlebt, wie hast du Beständigkeit und Familie erlebt, was auch immer. Der Herrscher kann ein Vater sein, genauso wie der König der Münzen. Also irgendein Thema gibt es hier, das dir möglicherweise ein Liebespartner gespiegelt hat und das ist jetzt wie die Königin der Schwerter zu erkennen gilt, denn nur diese Erkenntnis ist auch das, was dich dann weiterbringt. Aber das Ungleichgewicht oder die Disbalance, die herrscht irgendwie noch in dir. Und so lasse ich das hier stehen, meine Lieben. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr dazu wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Ich möchte in diesem Extended Reading mal auf diese Vergangenheit schauen, denn sie zeigt sich hier. Ich möchte aber auch schauen, weil ich habe das Gefühl, du kannst hier was, du kannst hier was erkennen. Die Königin der Schwerter, sie ist so eine laute, laute Energie in diesen Readings. Und genau das habe ich ja auch in dem Intro gesagt. Die Wahrheit drückt sich durch den Zaun und ich habe das Gefühl, genau das sehe ich hier auch. Ich habe das Gefühl, die Menschen spiegeln dir so ein bisschen deine Mangelthemen. und dass du jetzt erkennen kannst, woran du arbeiten musst oder wo es liegt, damit die Mangelthemen gehen, damit diese fünf Münzen gehen. Und dass die Antwort hier wirklich nicht bei irgendjemandem zu finden ist, außer bei dir selbst und deiner Kindheit möglicherweise. Gut, wir schauen mal, was da rauskommt. Ich hoffe, diese Legung war hilfreich für euch. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!